Musik 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 So, wir sind nochmal bei meinen Eltern hier im Thüringer Wald und wir waren hier zum Mittagessen. Habt ihr vielleicht einen kurzen Ausschnitt gesehen? So, und jetzt zeige ich euch nochmal den tollen Garten meiner Eltern. Das ist ein kleines Beet, der Rost, der Grill und dann haben wir hier noch eine wunderschöne Gartenhütte. Da ist ein Sofa drin und ein Fernseher und unsere Lissi. Und das ist die neue Hollywood Schaukel, die hoffentlich nicht so schnell kaputt geht. Genau, das sehen wir ja dann heute Abend, wenn wir wieder weg sind, ob die auch kaputt geht. Der Sandkasten. Jetzt erzählt er die Story, wie die Hollywood Schaukelkabutt gegangen ist und eigentlich bin ich ja schuld. Dann hast du meine neuen Schuhe aufgenommen. Soll ich deine Schuhe auch mal aufnehmen und dem ganzen Internet zeigen? 15,95. Wer bietet mehr? Gib doch nicht an mit deinen Schuhen. Das sind wunderschöne Schuhe. Ja. Bist du super happy damit, ja? Ja. Das ist doch schön. Ja. Kannst auch anständig drin laufen. Ja. Ja, perfekt. Ja. 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 Du bist mal die Sonne. Mach mal hier hin. Verstecken wir uns mal, komm. Verstecken wir uns mal. Verstecken wir uns mal. Verstecken wir uns mal. Verstecken wir uns mal. Un'n Krogi. Alter Sack. Und was die Rache? Ach hier. Ja, es ist fast ab also. Ja, oder ein bisschen wohnen. Ein bisschen gerissen. Die Vaseline habe ich auf den Tisch stellte. Ja, aber Vaseline kenne ich nur für andere Zwecke. Nee, die kannst du da oben machen, na klar. Für deine perversen Zwecke kennen wir die nicht. Das ist besser als die ganze Parfüm... Ja, mit dem fangen wir noch nennen. Als die ganze Parfümier... Da drin ist überhaupt keine Aluminast. Ich muss mich Mund aufmachen. Aber Ruhe und die Leuchte machen, das ist nicht, gell? Ich merke es aber ganz rau. Oh, Wasser ist hier! Doch, die hat doch nichts dagegen. Oh! Schnapsi-dears! Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Oh Gott, der sieht hier schlimm aus. Guck mal! Wo ist denn da der Hund hin? Hi! 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 Wink, wink, wink! Wink, wink! Wink, wink! Hallo! Hi, Mar! Ich hol dir was zum Anziehen, weil die so kalt. Komm jetzt an die Sonne. Ich habe gerade alleine gerade wink, wink gemacht. Hast du gesehen? Wink, wink! Wink, wink! Lass mal den Arm los von ihr. Wink, wink! Hi! Oi! Toll! Nochmal wink, wink! Noch einmal! Wink, wink! Wink, wink! Boah! Wink, wink! Wie war ich? Wink, wink, wink! Toll! Wink, wink, wink! Wink, wink. Wink, wink! Wink, wink, wink! Wink, wink! Wink, wink! Was ist denn hier? Wo ist denn die Prinzessin? Du hast dich ja voll gemalt. Was machst du jetzt Seifefahrt? Johnny trinkt Kakao. Hey, alle Kakao? Omi ist heute das Blumenmädchen hier. Mit ihren Zöpfchen. Look at mommy, look at mommy. Willst du uns filmen? Fein. Der hat gerade Haier gemacht. Die tun so, mach die auch nicht so. Wollen wir malen wieder? Wollen wir die Strümpfe ausziehen? Warum nicht? Wollen, das baust du schönes? Erzähl mal. Krass. Das war hier. Wollen wir malen? Wollen wir malen? Wollen wir malen? Was ist das, Johnny? Was? Hast du dich angemalt? Ist das die amerikanische Flagge da? Ja, die die Mama da gemalt hat? Ja komm, wir tun das mal in die Sonne. Dann legen wir das Bild mal in die Sonne und erklären das mal, was das alles ist. So. Die Flagge von unserem neuen Land, wo wir wohnen. Die Sonne, die bei Oma und Opa auch ist in Deutschland. Und das Haus, wo wir wohnen. Mit Straße und Hausnummer. Die Palme vor unserer Haustür. Nur auf der anderen Seite. Und Cory was struck of number one. Number one of Cape Coral. Den wollte ich leider nicht malen. Weil ich kann echt nicht malen. Und dachte mir, die Flagge ist alleine schon so missraten. Das reicht. 51 Sterne sind es leider auch nicht geworden. Hey, du hübsche Maus. Kannst du dich hier schön in die Sonne fliezen, gell? Ja. Die Lissi jagt die Frieden. Du. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017